Corona hat die Nachfrage nach psychologischer Betreuung erhöht. Deshalb fordern die freiheitlichen, private Psychologen in der Landesgesundheitsdienst mit einzubinden. Die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, die allgemeine unsichere Lage. Viele Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene in Südtirol brauchen psychologische Hilfe. Sie müssen aber oft lange darauf warten. Zu lange? Das soll sich ändern. Die Freiheitlichen forderten heute in Bozen eine Einbindung von privaten Psychologinnen und Psychologen in den Landesgesundheitsdienst. Der Beschlussantrag soll in dieser Woche im Landtag diskutiert werden. Uns geht es in unserem Beschlussantrag darum, dass damit diese lange Wartelisten abgebaut werden können und auch die öffentlichen Strukturen entlastet werden können. Das Land mit den freiberuflichen Psychologen und Psychotherapeuten enger zusammenarbeitet, dass diese in die Arbeit eingebunden werden und dass Menschen, die beispielsweise wirklich akut ein Gespräch, eine Therapie, eine Beratung notwendig haben und sich an einen privaten Dienst wenden, dass das Land eine Rückerstattung diesen Personen gewährt. Laut den Freiheitlichen braucht es rasche Antworten und flexible Angebote für die Südtirolerinnen und Südtiroler, aber auch für Frauen und Kinder aus der Ukraine. Ich bin auch der Meinung, dass es nicht immer die klassische Psychotherapie braucht, sondern dass wir viele Fälle haben, wo ein Gespräch notwendig ist, wo spielerisch vielleicht mit Kindern und Jugendlichen Ängste aufgearbeitet werden können, Problematiken angegangen werden können, dass Beratung wichtig ist, ein Coaching wichtig sein kann in bestimmten Lebenssituationen. Und ich denke halt Menschen, die wirklich in akuten Notsituationen sind, da sollte eine finanzielle Überlegung kein Thema sein müssen in Südtirol. Für Hilfesuchende gibt es übrigens einen Bonus des Staates. Ja, auch der Staat ist in dieser Thematik tätig geworden. Er hat diesen Bonus Psychology ins Leben gerufen. Das Maximum sind 600 Euro, wenn die staatliche Einkommens- und Vermögensgrenze von 50.000 Euro nicht überschritten wird. Es gibt keine Altersbeschränkung. Das ist, glaube ich, grundsätzlich zu begrüßen, da es nicht nur Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene trifft, sondern wirklich auch alleinstehende Senioren. Das ist natürlich zu begrüßen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man auch auf Landesebene in dieser Sache tätig werden und die vielen freiberuflichen Psychologen, Psychotherapeuten, die wir haben, auch in diesem gesamten Apparat, auch meinetwegen zeitlich begrenzt einzubinden, damit wirklich jeder die Möglichkeit hat, sich rasch Hilfe zu holen, dann, wenn er es nötig hat. Und dann, wenn er es nötig hat, dann, wenn er es nötig hat, dann, wenn er es nötig hat.